Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, herzlich willkommen zu einem garantiert virenfreien Bericht aus der aktuellen Arbeit des Hilfswerks Deutscher Zahnärzte, dem HDZ. Wir wollen uns entlangarbeiten an dem Leitsatz vom Mund in die Hand, Altgold sammeln für Hilfe, die ankommt und das mit einigen Beispielen belegen, dass es Ihnen verständlich wird, wie wir in dieser schwierigen Zeit im Moment unterwegs sind. Zunächst mal geht es ja um das Altgold, also vom Mund in die Hand. Sie als Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber sind diejenigen, die die Spenderinnen und Spender, nämlich die Patienten, dazu bewegen, uns das Altgold zukommen zu lassen. Das ist ein besonders wichtiger und großer Beitrag, den wir zur Arbeit brauchen und der Beitrag, der wird immer schwieriger zu bekommen, weil dieser Altgoldmarkt aus vielen guten Gründen so umkämpft ist und der Rohstoff von immer höherem Interesse wird. Dennoch ist es uns gelungen, eine ganz erklägliche Summe dieses Altgoldes dem HDZ zuzuführen, dank ihrer Hilfe und das ist doch immerhin roundabout 550.000 Euro schwer gewesen, diese Altgoldmenge, die wir dann in der dritten Welt investieren konnten. Und der Kuchen, der sich daraus ergibt, der sieht etwa so aus und teilt sich zur einen Hälfte in die Unterstützung von Bildungsprojekten, das ist uns immer als wichtig zur Fluchtverhinderung, dann in medizinische Projekte und die beiden kleineren Tortenstücke sind die Soforthilfen in Katastrophenfällen und die Leprahilfe, immer extra ausgewiesen, weil unser Hilfswerk ja in der Tradition ein Leprahilfswerk ist. Wir haben eigentlich übers Jahr immer sehr viele Aktivitäten, die das HDZ im Bewusstsein halten sollen. Das heißt, wir möchten gerne Sie als Zahnärztinnen und Zahnärzte treffen auf Kongressen, wir möchten die Verbandsveranstaltungen besuchen, wir sind auf Messen präsent, wir erhalten Vorträge und all dies fällt aber im Jahr 2020 sozusagen weg. Deswegen ja auch diese Videobotschaft und all die lebendigen Bilder dieses Teils unserer Arbeit stammen aus dem Jahr 2019 und ich kann Ihnen sagen, in diesem Jahr wird da kein einziges dazukommen können, weil auch die Projektreisen alle entfallen müssen. So ist es, aber es ist so, dass wir trotzdem eine ganz gute Unruhe bei uns im HDZ spüren, weil der Bedarf an Hilfe, die wir zu leisten in der Lage sind, in unseren Projekten sehr, sehr hoch ist. Gerade durch die Pandemie, gerade durch Corona geraten also die Vertrauten, die wir in allen Projekten als persönlich bekannte und verlässliche Menschen kennen, die uns fragen können, wir kurzfristig Hilfe bekommen, weil unsere Regierung, unser Staat, die Politik nicht in der Lage oder willens ist, uns hier zu helfen. Wir können unseren Betrieb sonst nicht aufrecht erhalten, unsere Schulen, unsere Waisenhäuser, unsere Kliniken geraten in ihrer Existenz und natürlich auch in ihrer Gesundheit in Gefahr. Wir sind Gott sei Dank als HDZ, weil wir uns auf diese Partner vor Ort verlassen können, in der Lage innerhalb von wenigen Tagen zu entscheiden und zu überweisen und damit etwas zu tun, von dem man sagen kommt, ja, das ist Hilfe, die wirklich ankommt. Die ist nämlich dann in null Komma nichts vor Ort. Also unbürokratisch und schnell helfen wir. Ich will es mal an einigen wenigen Beispielen mit Rücksicht auf die wenige Zeit, die uns zur Verfügung steht, belegen. In Kenia, in Tika, haben wir hier eine sich freundene Oberschwester, die gerade irgendwelche Hilfsdinge für den Infektionsschutz auspackt und auf den Philippinen in Buko ist es so, dass der Klinikbetrieb, die Zahnstationen, aber auch die Prophylaxenmaßnahmen etwas heruntergefahren werden mussten. Dafür helfen aber diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Umgebung armen Familien, indem sie sie mit Hilfsgütern, Nahrungsmitteln versorgen. Das ist eigentlich ein ganz schöner Aspekt, weil das so die Hilfe zur Selbsthilfe auf der einen Seite beschreibt, aber auch die Strahlkraft, die davon ausgehen kann, wenn jemand selbst Hilfe erfährt, dass er dann auch Hilfe weitergibt. Da sind wir immer ganz besonders gerne mit dabei, weil das für uns auch eine Nachhaltigkeit darstellt. Die Hilfe, die wir in Argentinien leisten, ist ja normalerweise dieses große Prophylaxe-Projekt mit Apotheker ohne Grenzen. Frau Fethi Mahler als unsere Vertraute vor Ort ist mittlerweile längst über Zahnprophylaxe hinaus in die Notwendigkeiten von Reihentestungen Corona eingestiegen und ist mit ihren Mitarbeitenden in den Slums unterwegs, um dort irgendwie das Allerschlimmste zu verhindern, damit diese Menschen, die ohnehin schon so gestraft sind, nicht letztendlich gesundheitlich völlig vor die Wand laufen müssen. In unseren Lepra-Dörfern in China, da konnten wir helfen. Das ist jetzt einfach nur mal ein Empfangsbeleg für eine Summe, die wir dorthin überwiesen haben. Die Summen, die liegen im Moment immer so pro Projekt bei zwischen 10.000 und 15.000 Euro und dann sind wir auch aktiv in Indien, in unserer Lepra-Klinik und in den anderen Lepra-Initiativen, die wir dort regelmäßig unterstützen. Die kamen auch alle Corona-Hilfen bekommen. Es ist eine Hilfe, die ankommt in dem Sinne, wie ich es vorhin beschrieben habe, aber die auch bei den Leuten unheimlich gut ankommt. Die sind extrem dankbar. Sie sind ausgesprochen schnell dabei, liebevolle Briefe, Dankesbriefe zu schreiben und diesen Dank, den möchte ich an dieser Stelle gerne eins zu eins an Sie weitergeben, denn Sie haben die Vorausschätzungen für diese Hilfe geschaffen. Wir sind ja letztendlich in unserer Arbeit dann wieder nur Mittler dieser ganzen Geschichte. Na, also das Dankeschön an Sie weitergeleistet. Insgesamt haben wir so in den letzten Monaten ungefähr 150.000 Euro in Corona-Hilfen in diesen Projekten investiert. Gut, ein Hilfswerk, das hilft, aber das muss natürlich auch irgendwie anpacken und anpacken und einpacken. Das beschreibt das, was wir mit Ihren Sachspenden machen, die aus den Praxen kommen, aber auch aus der Dentalindustrie. Da haben wir jetzt in der letzten Zeit einen großen, großen Container befüllen können, der nach Haiti verschifft worden ist. Der ist auch schon angekommen mit Dentaleinheiten da drin, Schulmobiliar, alle möglichen Dinge, die dort gut gebraucht werden und vor Ort nicht produziert werden. Wir machen das immer nur in den Ländern oder Regionen, in denen eigene Produktion nicht möglich ist. Ansonsten kaufen wir lieber die Produkte vor Ort, damit wir niemanden die Arbeit und das Einkommen wegnehmen. In diesem Fall war das aber so möglich. Und das andere ist, dass wir eine mobile Zahnarztpraxis auf Rädern, also ein Dentomobil im Begriff sind, zu überführen von Deutschland nach Rumänien. Das soll dann in den Kaparten entlegende Dörfer besuchen und diejenigen an eine Zahnbehandlung heranführen, die gar nicht in der Lage sind, aus diesen Dörfern in irgendein Zentrum zu fahren. Und deswegen also aufsuchende Zahnheilkunde, die wir dort unterstützen. Das sind die Dinge, die aus dem Bereich der Sachspenden im Moment zu berichten sind. Wir haben das Motto vom Mund in die Hand eingangs gehört. So sieht das aus. Die Zahnkrone mit der schäbigen Wurzel und unten ein glückliches Kind mit Nahrungsmitteln. Umgekehrt kann es aber eben auch sein. Und dann haben wir die ursprüngliche Bedeutung dieses Satzes wieder von der Hand in den Mund. Wir helfen im Moment in Bosnien den Flüchtlingen, die in diesem großen, aufgelösten Flüchtlingslager etwas ziellos zunächst in die Landschaft getrieben wurden. Da sind mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen wieder bessere Unterkunftsmöglichkeiten geschaffen worden. Wir konnten mit Wohncontainern dort bereits unterstützend helfen. Jetzt aktuell mit Nahrungsmitteln. Jeden Tag können wir dafür sorgen, dass also Nahrungsmittel an die Flüchtlinge herangebracht werden. Also Sie sehen, es ist nicht langweilig beim HDZ. Wir sitzen nicht auf der Sofakante und warten auf Einsatzmöglichkeiten, sondern wir sind froh, dass wir uns einsetzen können und dürfen und die Möglichkeit haben, hier von Deutschland aus zu helfen auf die eben beschriebene Art und Weise. Ich möchte mich verabschieden, möchte sagen, bleiben Sie uns bitte gewogen. Bitte unterstützen Sie uns weiter und lassen Sie sich herzlich grüßen von Klaus Winter, meinem Kollegen im Vorstand. Wir beide stehen hier gerade im Lager und von Jürgen Kiene, derjenige, der bei uns im Büro und im Lager sehr, sehr viel für diese Hilfsprojekte vorbereitet und tut und eben auch in unser Leitungsgremium hineingehört. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und lassen Sie sich gut gehen in dieser schwierigen Zeit.